2011 wird Renault mit der Produktion der Elektroversion des Fluence beginnen. Hier zu sehen noch die Studie Fluence ZE-Konzept, die als Basis dienen wird. Im Werk Burscha in der Türkei laufen neben der Elektrovariante auch die Versionen mit Verbrennungsmotor vom Band. Auf diese Weise senkt Renault die Herstellungskosten. Die Großserienproduktion soll außerdem ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis ermöglichen.